Ja, Christian Schneider mein Name, bin freiberuflicher Softwareentwickler, Whitehead-Hacker und Trainer im IT-Security-Bereich, trainiere Teams, national, international, spreche auf Konferenzen und begreife Kundensysteme an im Rahmen von Penetration-Tests und freue mich, euch in diesem Tutorial einiges dazu zeigen zu können. In diesem Video-Tutorial werden wir in vielen spannenden Lessons, Hands-All mit einer Trainingsanwendung und einer Angreifer-Penetration-Testing-Kali-Linux-Umgebung lernen, wie Pentester sich dem Bereich Web-Applications und APIs nähern können. Wir werden an einem Beispielobjekt versuchen, Daten zu klauen. Wir werden Injection-Angriffe verschiedener Art verwenden. Wir werden sie kaskadieren zu weiterführenden Angriffen. Wir werden entsprechende Angriffe wie Cross-Side-Scripting und Cross-Side-Dricus-Forgery auf dem Client auch verwenden. Wir gehen in Richtung Backend tiefer rein mit Server-Side-Dricus-Forgery und auch mit XML-Angriffen. Mit Traversen werden wir auch entsprechend weitere sensitive Informationen aus dem Server rausziehen. Wir werden die richtigen Werkzeuge dafür lernen. Wir werden lernen, wie man diese Werkzeuge auch zum automatischen Scan verwenden kann, bis hin zu einem Scan, den man auch im Sinne eines DevSecOps-Ansatzes in CI-CD-Pipelines einpacken kann. Und in spannenden Bonus-Lessons werden wir uns auch spezialisierten Angriffen wie Java-Deserialisierung und auch Web-Sockets widmen. Viel Spaß! Entwickler Tutorials. Dein Potenzial. Dein Training. Dein Vorsprung.